Das Jahr 49 v. Chr. verlief für Kaiser sehr erfolgreich, denn er konnte die pompeianischen Truppen sowohl auf der italischen Halbinsel als auch in der Provinz Hispania besiegen und somit hatte Kaiser am Ende des Jahres 49 v. Chr. den Westen des Römischen Reiches weitestgehend unter Kontrolle und so konnte er für das Jahr 48 v. Chr. seinen Blick nach Osten richten, wo ja Pompejus zusammen mit dem Senat gewesen ist. Ende Dezember 49 v. Chr., also nachdem Kaiser noch ein paar Dinge in Rom geregelt hatte, die ich am Ende des zweiten Videos genannt habe, Ende Dezember 49 v. Chr. ist jetzt also Kaiser hier in Brundisium, dem Ort, an dem ja auch Pompejus einst mit den Truppen und den Senatoren nach Griechenland übergesetzt hatte und Kaiser will jetzt natürlich auch nach Griechenland. Allerdings gibt es jetzt ein paar Probleme. Kaiser hat zwar zwölf Legionen bei sich und dazu noch eine relativ große Reiterei, aber diese Truppen sind ja das ganze Jahr 49 v. Chr. in der römischen, ja in dem römischen Gebietgang schon weiter rumgekommen. Erst auf der italischen Halbinsel, dann sind sie ja nach Südfrankreich gegangen, ein Teil ist bis nach Spanien gegangen und diese Truppen sind jetzt alle wieder zurückgekehrt bis nach Brundisium und da ist es dann auch logisch, dass die Soldaten irgendwann erschöpft sind und etwas kraftlos sind und das war das eine Problem, das er hatte. Das andere ist auch, dass Kaiser zwar gute Landtruppen hatte, aber keine Kriegsflotte. Das heißt, die Überfahrt nach Griechenland war nicht ganz so einfach und man muss ja eben auch in Erinnerung haben und in Erinnerung rufen, dass Pompejus schon längere Zeit hier auf Griechenland war, also in Griechenland war und somit genug Zeit hatte, eine starke Flotte zusammenzustellen und auch Landtruppen auszuheben. Allerdings muss man da wiederum sagen, gibt es natürlich auch ein Problem bei dem pompeianischen Heer. Im Gegensatz zu dem kaiserianischen Heer waren sie alle relativ unerfahren. Es gibt nur zwei Legionen, die schon mal unter Pompejus gedient haben, die also kriegserfahren und kriegserprobt waren. Alle anderen Truppen wurden erst ausgehoben und ihnen fehlte die Kampfpraxis. Also die Landtruppen waren so im Grunde den kaiserianischen Truppen doch stark unterlegen. Aber wie gesagt, Kaiser hatte erstmal das Problem, dass er hier in Brundisium war und irgendwie zusehen musste nach Griechenland zu kommen, ohne dabei von den pompeianischen Truppen auf See erwischt zu werden, denn das hätte dann ganz schön heikel werden können. Und so macht jetzt Kaiser etwas, was für die pompeianische Seite sehr überraschend war und natürlich auch nicht ungefährlich war, denn am 4. Januar, 48 vor Christus, setzt er zur Überfahrt an. Also eine Überfahrt im Winter. Das war eine Überraschung und Kaiser setzt jetzt also, wie gesagt, vom Brundisium hier über nach Griechenland und er kommt jetzt am Hafen von Paläste an oder Paläiste mit sieben Legionen, die allerdings nicht ganz nicht vollständig waren und etwa 500 Reitern. Und Kaiser wählte deswegen diesen etwas kleineren Hafen, weil er vermutet hatte, dass die größeren Häfen alle von pompeianern besetzt waren und man ihn dann erwartet hätte und dann in Kämpfen doch begegnet hätte. Also Kaiser wollte erst mal mit einem Teil der Truppen ankommen und der nächste Teil der Truppen sollte nachkommen. Als dann Kaiser in Griechenland angekommen ist, richtet er zunächst einmal ein Friedensgesuch an Pompejus und an den Senat. Und das war natürlich etwas, das taktisch bedingt war, denn Kaiser wollte als derjenige erscheinen, der unbedingt den Frieden haben wollte und eigentlich eine Verständigung anstreben wollte und so sollten also der Senat und Pompejus als hartherzig dargestellt werden und Pompejus und der Senat nahmen dieses Friedensgesuch nicht an. Jetzt entbrannte zunächst ein Kampf um diese Stadt Dyrachium hier oben. Sowohl Kaiser als auch Pompejus wollten diesen Ort nämlich erreichen, denn Dyrachium war ein strategisch wichtiger Ort. Pompejus ist der Schnellere von beiden, Kaiser muss sich also zunächst einmal aus Dyrachium, also aus der Umgebung zurückziehen und bleibt also südlich von Dyrachium, wo er in Apollonia und in Epirus gute Kontakte hatte und freundlich empfangen worden ist und so errichtet Kaiser jetzt ein Lager in Apollonia am Fluss Absus und Pompejus errichtet sein Lager genau auf der anderen Seite dieses Flusses. Man stand sich also gegenüber, aber es kam eben nicht zu Kampfhandlungen. Dann ist ja noch immer eine weitere Sache, dass Kaiser ja eigentlich noch die anderen Truppen erwartet hatte, die hier in Brundisium waren, denn an diesem 4. Januar 48 v. Chr. konnten nicht alle Truppen hier nach Griechenland kommen, denn dafür war die Flotte des Kaisers zu gering. Das heißt, Kaiser hoffte, dass doch bald Markus Antonius, der noch im Brundisium war, zusammen mit den restlichen Truppen doch nach Griechenland kommen würde. Das Problem war allerdings, dass ja jetzt die Pompejaner gewarnt waren, also das Heer des Pompejus, dass auch eine Aktion im Januar nicht unmöglich war und so war es zunächst einmal nicht möglich für Markus Antonius nach Griechenland zu übersetzen. Allerdings verstirbt dann Markus Calpunius Bibulus und das war der Anführer der pompejanischen Flotte und der Nachfolger von diesem Bibulus, ein gewisser Libo, ging jetzt von Griechenland fort mit der Flotte und wollte Markus Antonius hier in Brundisium stellen. Also dieses pompejanische Heer kam jetzt nach Brundisium, um Markus Antonius zu besiegen. Aber diese Situation kann jetzt Markus Antonius nutzen, denn er lockt Libo und die Truppen in einen Hinterhalt und die pompejanischen Truppen konnten besiegt werden und so konnte Markus Antonius ungestört hier also jetzt übersetzen nach Griechenland. Allerdings gibt es ein kleines Problem bei diesem Übersetzen und das war das ungünstige Wetter. Und so landet Markus Antonius nicht südlich von Dyrachium, wo Kaiser war, sondern nördlich von Dyrachium und damit hatte jetzt Kaiser zwei Heeresteile, die allerdings nicht miteinander verbunden waren. Und das wollte jetzt Pompejus auch verhindern, dass sich beide Truppenteile hier verbinden würden. Kurz eine Sache zu den Truppen, die noch mit Markus Antonius jetzt hier hinübergesetzt haben. Das waren drei Veteranenlegionen und eine Rekrutenlegion und etwa 800 Reiter. Und wie gesagt, Pompejus wollte jetzt nicht, dass sich die beiden Truppenteile hier vereinigen. Und so entbrennt ein neuer Wettlauf und zwar wer als erstes zu den Truppen des Markus Antonius gelangt. Pompejus ist der Schnellere, denn er ist auf der richtigen Seite gewesen, denn ich hatte ja gesagt, Kaiser hatte sein Lager in Apollonia am Fluss Absus errichtet. Kaiser musste aber, um zu Markus Antonius zu kommen, erstmal diesen Fluss überqueren. Pompejus war schon auf der anderen Seite des Flusses, also er konnte gleich losmarschieren, gen Norden, während Kaiser mit den Truppen noch den Fluss überqueren musste. Allerdings wird Markus Antonius davon unterrichtet, dass Pompejus auf dem Weg war und so konnte sich Markus Antonius vorbereiten. Das heißt, Pompejus konnte eben nicht gegen die Truppen des Markus Antonius jetzt einen Kampf führen. Und da eben Markus Antonius vorbereitet war, zieht Pompejus ab, weil er jetzt wiederum Angst hatte, dass er letztendlich eingekesselt werden konnte von den Truppen des Antonius im Norden und von den Truppen des Kaisers im Süden. Wenn es ihm also nicht gelänge, vorher Markus Antonius zu stellen und zu bekämpfen, dann bestand eben die Gefahr des Einkesselns und deswegen zieht Pompejus ab und die Truppen des Kaisers konnten sich jetzt wieder miteinander verbinden. In der Folge muss man sagen, passiert eigentlich nichts. Also klar, die Truppen, sie beziehen jetzt ein Lager und zwar geht es jetzt nämlich um diese wichtige Stadt Dyrachium erneut. Wir werden auch gleich schauen, was passiert ist, aber es kommt jetzt zu keinen Kampfhandlungen. Pompejus wusste nämlich, dass Kaiser ein Problem hatte, das Pompejus zunächst nicht hatte, nämlich die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Pompejus hatte nämlich eine gute Seeflotte und diese Seeflotte konnte immer wieder gut von außerhalb Nahrung beschaffen. Plus die Nahrung, die es eben in Griechenland gab, das genügte für das Heer. Kaiser hatte eben nicht die Möglichkeit, über den Seeweg Nahrungsmittel zu bekommen und musste sich gänzlich über verbündete Städte ernähren und das war natürlich bei weitem schwieriger und es genügte auch nicht, was sie hatten. Also Pompejus' Plan war zunächst einmal gar nicht zu kämpfen und sicherlich wusste auch Pompejus, dass die Truppen von Kaiser eben schlachterfahrener waren, sondern Pompejus wollte einfach Kaiser aushungern und so ist es jetzt Kaiser, der erneut nach Dyrachium vorstoßen will und diese Stadt einnehmen will, denn diese Stadt war eben wichtig. Es war eine wichtige Versorgungsstadt für Pompejus selbst und Kaiser gelingt es dieses Mal schneller zu sein als Pompejus und so wird Pompejus jetzt zurückgedrängt, wie wir das hier auf dieser Karte sehen, auf eine Anhöhe in der Nähe von Dyrachium und Kaiser kann jetzt drumherum mit seinen Truppen ja so einen Belagerungsring errichten. Im Grunde war also die Situation für Kaiser in diesem Moment gar nicht so schlecht. Pompejus umgeht weiterhin eine Schlacht, obwohl er im Grunde eingekesselt war, denn er hatte ja immer noch den Seeweg. Aber was jetzt Kaisers Truppen gemacht haben, um die Lage bei Pompejus zu verschlechtern, ist, und das sieht man ja hier, hier führen ja Flüsse rein in das Lager des Pompejus, die haben einfach die Wasserversorgung abgekappt und damit geriet Pompejus auch immer mehr in Bedrängnis, denn seine eigene Nachschublinie, zumindest an Wasser, war jetzt geschwächt. Also es war zumindest keine so komfortable Situation mehr. Soweit also hatte Kaiser Pompejus eingekesselt, aber jetzt kam es dazu, dass zwei Allobroger aus dem Heer des Kaisers, also von den Truppen Kaisers, übergelaufen sind zu Pompejus, denn diese zwei Allobroger wurden, also ihnen wurde nachgewiesen, dass sie Unterschlagung betrieben haben und aus Angst vor Rache gingen jetzt diese zwei Allobroger rüber auf die Seite des Pompejus und nun hatten diese Allobroger eigentlich eine relativ gute Stellung bei Kaiser gehabt, sodass sie ganz genau wussten, wie dieser Belagerungsring aussieht und auch ganz genau berichten konnten, wo die Schwachstellen dieser Belagerung liegen und diese berichteten sie eben Pompejus und so kommt es am 10. Juli 48 v. Chr. zur Schlacht von Dyrachium und diese Schlacht funktioniert jetzt im Groben so. Pompejus greift jetzt diese Schwachstelle an bei Kaisers Belagerungsring. Es kommt zur Verwirrung im kaiserianischen Heer, aber es gelingt den Truppen unter Markus Antonius die Situation zu stabilisieren und Kaiser versucht jetzt im Gegenzug ein Kastell anzugreifen, das von Pompejanern besetzt worden ist und dabei passiert Folgendes, dass ein Teil der Truppen Kaisers sich verlaufen und statt das Kastell den Wall erreichen, in dem Pompejus war mit seinen Truppen und so wussten jetzt die pompejanischen Truppen, wo genau Cäsers Heer ist, also Kaisers Heer ist und sie konnten also dieses Heer dann erfolgreich angreifen. Es kommt zu einer großen Verwirrung im Heer des Kaisers und bei der Flucht sterben dann circa, ja, also ein höherer dreistelliger Teil an Soldaten, die nicht getötet worden sind, weil die Truppen des Pompejus sie getötet hätten, sondern weil sie bei der Flucht eben von eigenen Kameraden niedergetrampelt worden sind. Pompejus setzt allerdings diesen Truppen nicht nach, weil er einen Hinterhalt von Kaisers befürchtet hatte und hätte er gewusst, dass es diesen Hinterhalt gar nicht gegeben hätte, dann hätte Kaisers eine sehr schwere Niederlage erlitten, eine vielleicht schon vernichtende Niederlage. So konnte sich das Heer Kaisers mehr oder weniger retten, insgesamt gab es aber tausend Tote. Dennoch, so richtig entschieden war damit noch gar nichts, Kaisers hat zwar diese Schlacht verloren, Pompejus' Lage war aber nicht besser und nun ist es so, dass Kaisers sich zunächst einmal, und jetzt schauen wir mal wieder auf die Gesamtkarte, sich Richtung Süden zurückzieht. Also er geht jetzt aus Dyrachium weg und er will eigentlich jetzt eine entscheidende Landschlacht haben und Pompejus weicht zunächst einmal aus, aber jetzt hat Pompejus ein anderes Problem, denn die Senatoren und die weiteren Anhänger des Pompejus auf seiner Seite drängen ihn so allmählich, mal eine Entscheidungsschlacht zu führen. Und vielleicht auch beflügelt natürlich von dem Erfolg von Dyrachium, fordert man das also jetzt von Pompejus und irgendwann kann Pompejus diesen Druck nicht mehr standhalten und er muss eine Schlacht schlagen und das ist die berühmt gewordene Schlacht in dieser Stadt hier, nämlich in Pharsalos oder zumindest in der Nähe von Pharsalos. Wenn man mal einmal genau hinschaut, ist man sich nicht sicher, ob das jetzt der wirklich richtige Ort dieser Schlacht ist, aber das ist eine andere Diskussion. Am 9. August 48 v. Chr. treffen hier das kaiserianische und das pompejanische Heer zur entscheidenden Schlacht aufeinander. Kaiser war unterlegen. Man schätzt etwa 20, vielleicht 22.000 Fußsoldaten auf Seiten Kaisers plus 1.000 Reiter und auf Seiten des Pompejus doppelt so viele Fußsoldaten und etwa siebenmal so viele Reiter. Trotzdem gewinnt Kaiser diese Schlacht. Die Details ersparen wir uns mal hier an dieser Stelle, wie es verlaufen ist. Und dieser Sieg Kaisers kommt deswegen vor allen Dingen zustande, weil das Heer von Kaiser eben Kriegserfahren ist. Ich habe das ja schon erwähnt, diese Truppen waren zusammen schon in Gallien gewesen und haben also jahrelang Krieg geführt gegen die Gallier. Sie haben Gallien erobert. Sie waren eben kriegserprobt und kriegserfahren. Und Kaiser wusste schon, wie er sein Heer aufzustellen hat und wo die Schwächen und Stärken dieses Heers liegen. Und da half also Pompejus auch nicht diese numerische Überzahl. Insgesamt sollen knapp vielleicht 1.000 Opfer auf Seiten Kaisers zu beklagen sein. Auf Seiten des Pompejus waren es wohl rund 15.000 tote Soldaten und letztendlich 24.000 Gefangengenommene. Das war der entscheidende Sieg von Kaiser über Pompejus, denn damit kontrollierte er jetzt auch den Osten. Pompejus flüchtet und zwar flüchtet er nach Ägypten. Dort wird er allerdings ermordet am 28. September 48 vor Christus. Und man präsentiert dann Kaiser, das Haupt des Pompejus, was Kaiser der Aussagen der antiken Historiografen nach für Entsetzen gesorgt hat bei Kaiser. Und er fand das natürlich nicht gut, dass Pompejus auf diese Weise umgekommen ist, denn Kaiser ist natürlich auch in dieser Zeit berühmt geworden für seine Milde. Das ist natürlich eine propagandistisch genutzte Milde, eine bewusst eingesetzte Milde. Und diese Milde konnte er Pompejus gegenüber so zu Lebzeiten nicht mehr zeigen, aber Pompejus bekam dann ein normales Begräbnis. So, jetzt ist dieser Bürgerkrieg im Großen und Ganzen beendet, wenn man das mal so sagen kann. Also Kaiser kontrolliert jetzt das meiste. Allerdings ist dieser Bürgerkrieg nicht gänzlich beendet. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, ja, gänzlich beendet, nein. Und das gänzlich beendet dauerte jetzt bis 1945 vor Christus an. Und dazu blicken wir jetzt auf einen größeren Auszug und Abschnitt der Karte. Zunächst klärt nämlich jetzt Kaiser die Sachen in Ägypten. Dort trifft er auf Kleopatra VII., die ganz berühmte Kleopatra. Und bis Juni 47 vor Christus regelt er jetzt die Dinge dort in Ägypten. Kleopatra VII. wird Herrscherin über Ägypten mit Kaisers Hilfe. Und danach geht es für Kaiser hier nach Pontus weiter. Denn der Herrscher dort, Pharnakus II., wollte die Wirren hier im Römischen Reich nutzen, um seinen eigenen Besitz zu erweitern, beziehungsweise das zurückzuholen, was er einmal verloren hatte. Es kommt zur Schlacht bei Zela. Die Stadt sieht man hier am 21. Mai 47 vor Christus. Pharnakus II. wird besiegt. Kaiser bringt wieder einen berühmt gewordenen Spruch, nämlich Veni, Vidi, Viki. Ich kam, ich sah, ich siegte. Und damit war jetzt also der Osten endgültig unterworfen. Und jetzt schwenken wir mal rüber. Die Nummern hier sollten jetzt in diesem Fall nicht irritieren. Die können wir in dem Fall mal ignorieren. Soll nur die Anzahl an Legionen im Jahre 49 vor Christus zeigen. Es geht jetzt nämlich hier nach Afrika weiter. Dieses Gebiet gehörte nämlich auch noch den Pompejanern, die sich nämlich mit den Numidiern verbunden hatten. Am 6. April 46 vor Christus kommt es hier in Tapsus zur Entscheidungsschlacht. Die Pompejaner verlieren, obwohl sie auch hier wieder eine deutliche Mehrheit an Truppen hatten. Etwa 72.000 Soldaten gegenüber 50.000 auf Seiten Kaisers. Dieser Sieg bei Tapsus bedeutete auch, dass Afrika jetzt gänzlich unter Kontrolle von Kaiser war. Und letztendlich ging es wieder erneut nach Hispania, denn hier hatte sich doch noch die Opposition halten können. Und auch wenn Hispania schon zeitweise besiegt war, aber hier gab es nochmal eine Machtbasis der Pompejaner. Und am 17. März 45 vor Christus kam es dann zur letzten Schlacht in diesem römischen Bürgerkrieg. Das ist die Schlacht von Munda. 13 Legionen und damit rund 70.000 Mann auf Seiten der Pompejaner. unter Titus Labienus, Sextus Pompeius und Gnaeus Pompeius, dem Jüngeren, und die letzten beiden sind zwei Söhne des Gnaeus Pompeius, stehen hier acht Legionen des Kaisers gegenüber, das waren rund 40.000 Mann. Und das Ergebnis sieht so aus, Titus Labienus verstirbt. Bald darauf verstirbt auch Gnaeus Pompeius, der Jüngere, und nur Sextus Pompeius überlebt das Ganze, sollte dann auch noch nach Kaisers Tod Widerstand leisten gegen Markus Antonius und Octavian. Aber mit dieser letzten Schlacht, dieser Schlacht von Munda und dem Sieg von Kaiser, war dieser römische Bürgerkrieg dann auch tatsächlich gänzlich beendet. Das soll es also zum römischen Bürgerkrieg gewesen sein. Das war in drei Videos natürlich relativ viel. Das war auch sehr ausführlich, aber damit haben wir jetzt auch alles Wichtige benannt und besprochen. Und so setze ich jetzt zum Abschluss einen Punkt unter dieses Video.